So, hier seht ihr die Liftfernbedienung. Das ist jetzt eine Handschaufel für Rechtshänder. Wenn ihr das Board neu bekommt, kommt die Schaufel separat und wir zeigen euch jetzt, wie man das da dran macht. Ist mich ein bisschen knifflig. Es gibt einmal die Vorrichtung für Rechtshänder, natürlich auch für Linkshänder. Dann kommt die Schlaufe hier vorne dran. Ich mache das jetzt mal für Rechtshänder vor. Die Rundung muss nach außen hinkommen. Dann zieht ihr so ein bisschen die Fixierungsteile weg, damit die Schlaufe ein bisschen größer wird. So, und jetzt zieht ihr das hier durch. Das Nylonband ist auch verödet am Rand. Das geht eigentlich ganz easy. Dann hier durch die Fixierung und nochmal da. Dann haben wir schon mal den oberen Teil. So, und das gleiche machen wir auch unten. Erst hier durch. Durch die Fixierung und festmachen. Ein bisschen festziehen. Okay, fertig. Auf Wiedersehen. Jetzt kommt das Nummer 20. Das Nummer 20. Jetzt kommt das Nummer 20. Nichts. Gente. Nichts. 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 Bis zum nächsten Mal.